Ja, das ist die zweite Folge im Anschluss zu Minecraft. Wir sind gerade dabei, uns eine schöne Brücke, eine schöne Dreckbrücke, rüber auf die andere Seite dieser Schlucht zu bauen, um halt an das Eisenerz da zu kommen. Oh Gott. Na, das war so klar. Ja, das hat gerade einen richtig schönen Ruckel gegeben. Es ruckelt jetzt vielleicht ein bisschen mehr, weil ich das Renderungsprogramm schon offen habe. Ich bin noch nicht am Rendern, aber ich werde gleich rendern und habe das Programm schon offen. Das heißt, es ist ein Programm mehr offen, als es eigentlich sein müsste. Das heißt, vielleicht ist es lagged ein bisschen mehr, als es vor, was eigentlich doof ist. Eine Folge gerade schon lagfrei aufgenommen. Da sieht man zwar wieder diese Abbauanimation. Wunderbar. Obwohl es eigentlich geht. Es geht eigentlich. Ja, wir kämpfen uns jetzt aus dem Grund zu jedem einzelnen Eisen sozusagen hin, weil wir das Eisen halt richtig heftig brauchen gerade im Moment. Ähm, auch für die, ähm, Holzkohlemaschine brauchen wir halt Hopper und so. Und dazu brauchen wir Eisen auch. Das heißt, Eisen, gerade durch das Rohstoff, vielleicht Diamanten werden auch schön, aber man kann sich ja nicht alles wünschen. Ähm, ich durchforste auch hier. Sehr schön. Ich durchforste gerade die Minen so ein bisschen nach Eisen und anderen Rohstoffen. Und ich denke, wenn wir das meiste abgesucht haben, werde ich auch wieder nach oben gehen, mir eine Eisenspitze holen. Da habe ich gerade fast Gold übersehen. Obwohl Gold eigentlich unwichtig ist. Kann ich das überhaupt abbauen mit? Was soll ich das? Kann ich das abbauen? Ich baue es lieber nicht ab. Ähm, da vorne sehe ich auch noch mehr Gold. Das ist eine Goldmine. Irgendwie finde ich Gold, oh. Na ja, Rüppel. Irgendwie finde ich, Gold hat nicht so einen hohen Stellenwert, weil aus Gold kann man einfach nichts machen. Gar nichts. Was kann man aus Gold schon machen? Man kann daraus nur Schienen herstellen. Und wir haben auch Schienen. Also am Anfang jetzt. Vielleicht später. Vielleicht auch für eine Uhr oder so, aber eine Uhr war ich auch nicht. Ich gucke einfach nach oben. Finde ich so ein bisschen unnötig. So. Ah, es ist dunkel. Habe ich eine Focke? Ich habe eine Focke. Äh, da hat noch gerade was durchgeleuchtet. Da ist wahrscheinlich noch Lava drunter. Äh, das Gold lasse ich erstmal hier. Na, das ruckelt schön. Ist das nicht wunderbar? Das Gold, ups, lasse ich erstmal hier. Aus dem folgenden Grund, dass ich das gerade im Moment nicht brauche und vielleicht nicht abhauen kann. Weiß ich jetzt gerade nicht. Bin gerade so ein bisschen verwirrt. Ähm, wo war ich? Ich war hier oben. Na, aber in dieser Ruckel, ey. Wenn ich nach unten gucke, geht's. Letztes Mal wenigstens, als ich nach oben geguckt hab. Schön dunkel. Ähm, wenn ich zur Seite gucke, geht's gerade gar nicht. Oh, das ging schon mal besser. Das ging aber auch schon mal schlechter, fand ich. Ähm, ich werde mich mal eben nur hier hochbauen. Und werde mal weiter suchen. Jetzt rede ich schon wieder über das, was ich gerade mache. Und das interessiert einfach keine Sau. Ich muss mir mal irgendein Thema zurechtlegen. Ich hatte gerade eben in der ersten Folge schon ein schönes Thema, finde ich. So, Facebook. Dass ich eine Facebook-Page habe. Ähm, ja, das sag ich jetzt auch nochmal zu diesem Video. Und das werde ich auch unter diesem Video auch noch verlinken. Dass ich eine Facebook-Page eingerichtet habe zu Overtainment. Damit ihr immer wisst, wann die Videos kommen und ob welche kommen. Oder ob ich krank bin oder keine Zeit habe oder keine Lust habe. Es ist ja... Ich verdiene damit ja nichts. Das heißt, ich muss das nicht machen. Ähm. Kann dann ja auch mal sein, dass ich keine Lust habe. Ja, dass ihr dann wisst, ob was kommt oder nicht. Oder was kommt oder wann. Ähm. Dass ihr halt immer perfekt informiert seid. Wenn ihr Lust habt und auch immer wissen wollt. Also wenn ihr gar nicht auf Facebook zugegangen seid und trotzdem wissen wollt, wann ein Video rauskommt. Abonniert mich einfach. Dann wird es ja angezeigt bei euch. Auf dem Home-Bildschirm. Dass ich ein Video hochgeladen habe. Ähm. Ja, das wäre nett. Braucht ihr aber nicht. Zwingt euch niemanden zu. Abo kostet. Habe ich, glaube ich, noch nie gesagt. Kostet nichts. Ich habe auch noch gar nicht monetarisiert. Also wer von euch weiß, was das bedeutet. Weiß es. Wer nicht. Kann ich kurz erklären. Man kann, wenn man, ähm... Bei YouTube Videos hochstellt. YouTube Partner werden. Also sozusagen Vertrag mit YouTube schließen. Dass man, ähm... Dass man sozusagen Videos... Äh, 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 Werbung unter so den Videos blenden kann. Und... Dass diese dann halt... Dass ihr davon... Weiß ich... 0,02 Cent pro... Pro 1000 Klicks oder so kriegt. Oder noch wenige. Ähm... Und das nennt sich monetarisieren. Und, ähm... Abos kostenpflichtig machen kann man halt nur, wenn man monetarisiert hat. Habe ich nicht. Brauche ich nicht. Ich mach das, wie gesagt, nur zum Spaß. Ich hab... Es wär zwar geil, wenn ich damit Geld verdienen könnte, um mir halt auch eine bessere Ausrüstung zu kaufen. Aber ich verdiene halt nichts. Weil ich noch nicht monetarisiert habe. Weil ich zu wenig Autos habe. Und so weiter und so fort. Teufelskreis. Naja. Ähm... Ich hab eigentlich schon richtig schön Eisen gefunden. Noch wieder zwei. Da hinten ist wieder Gold. Gold brauche ich eigentlich nicht. Ich nehm Kohle auch mal mit. Weil Kohle brauche ich im Moment noch. Später werde ich das im Überfluss haben. Ich werde, glaube ich, auch meine Holzkohlemaschine irgendwann abstellen müssen. Weil ich einfach zu viel Kohle hab. Ähm... Weil die produziert echt in Massen. Aus einem ist der... Äh... Holz macht die, ich glaube, innerhalb von... Innerhalb von einer Viertelstunde oder so ein Stack Holzkohle. Verbraucht pro halbe Stunde, glaube ich... Drei Kohle oder vier. Das heißt, man kriegt 60 Kohle... Oder so pro halbe Stunde. Das ist echt übelst. Ich muss es nochmal nachrechnen. Ich kann es euch nochmal im nächsten Minecraft Let's Play erzählen. Wie viel die wirklich macht. Ich muss einfach mal die Zeit stoppen. Wie viel die da gemacht hat und so. Und wie viel die auch verbraucht. Ähm... Ja. Wieso scrollt er jetzt nicht? Hallo? Ich sag... Hallo? Ich will Spitzergang. Ich will Nummer drei. Ah. Okay. Mit Nummer und Pad ging's. Und... Ja. Das ist geil. Deswegen sollte man wirklich jeden Kohlestapel abbauen. Weil unter jedem Kohlestapel könnte sich niemand befinden. Und das ist auch unser erstes. Ich will jetzt hier nicht unbedingt an Lava verrecken. Deswegen baue ich mich jetzt ganz vorsichtig um den rum. Dass der nirgends Lava ist. Und da sind sogar mehrere. Das ist doch geil. Ja. Das ist doch schön. Ist das nie wunderbarer Anblick. Die ersten Diamanten. Ich muss dann gleich nach oben wie eine Spitzsacke holen. Also eine Eisenspitzsacke, weil ich jetzt gerade keine Beine habe. Hallo? Hallo? Ich will Nummer sieben. Ne. Nummer acht. Ja. Ich baue mich jetzt hier einmal rum. Aus dem Grund, dass ich nicht gleich in Lava falle, wenn ich die abbaue oder so. Und nicht sterbe. Ähm. Wie merke ich mir diesen Punkt? Gerade echt keine Ahnung, wie ich mir diesen Punkt merken soll. Ich glaube... Wie mache ich das? Ich glaube, ich buddel mich einfach hier hoch. Hier direkt hier neben. Mache ich jetzt einfach. Wieso nicht? Ähm. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt zu Hause ankomme. Oder ob ich währenddessen ich hier durchgehe, durch den Lava-See vorbeikomme. Falls es so ist, habe ich immer noch Schaufeln und so. Aber ich nehme mal eben Schaufeln direkt neben mein Uproading. Falls Sand oder so von oben kommt, das ist mir schon mehrmals passiert. Dass man dann kurz vorm Erstecken noch die Schaufel rausholen kann. Und noch abbauen können. Falls ein Lava-See kommt, keine Ahnung. Ich glaube, ich setze einfach Wasser unter mich und buddel mich wieder runter. Aber dann kann ich auch ersticken. Also echt keine Ahnung, was ich machen soll im Falle eines Falles. Das ist ja ziemlich dunkel. Ihr müsst aber eigentlich auch nicht sehen, was ich hier gerade mache. Das ist eh langweilig. Einfach nach oben bauen. Ähm. Erde unter mich setzen. Ich hoffe, die Erde reicht noch, bis ich wieder oben bin. Oh Gott. Sonst muss ich einfach den Stein, den ich über mir abbaue, wieder unter mich setzen. Ähm. Ich... Ja. Ich setze einfach mal eine Fackel. Nein, nicht Wasser. Eine Fackel. So. Obwohl, da gehe ich jetzt eh wieder dran vorbei. Aber damit ich weiß, dass ich ja richtig bin, wenn ich mich wieder runter würde. Ähm. Ich hoffe, ich bin in weniger als sechs Minuten oben. Weil dann muss ich die Folge beenden. Aber ich denke, so lange wird es nicht dauern. Oh. Höhle. Soll ich die angucken? Ich gucke einfach mal ganz kurz. Mal eben um die Ecke liegen. Fackel. Ich weiß, wo ich rein muss. Und wieder ein bisschen Eisen. Ist doch gut. Ohne, dass ich es wollte mal eben wieder. Bisschen Eisen. Ha. Acht Stück. Oder noch mehr. Ich glaube, acht Stück. Äh. Ja. Acht Stück dahinter war nichts mehr. Ähm. Es ruckelt ein bisschen. Ich hoffe, es stört euch nicht. Es ist nämlich nicht allzu viel. Es ist nie so viel wie in den anderen Folgen. Ich gucke mal innen um die Ecke. Nö. Hier ist glaube ich nichts mehr. Falls ich es übersehen habe. Das ist so. Kann ich das später immer noch holen. Ich komme hier noch mehrmals durch. Ähm. Das, was auf dieser Seite ist. Kohle. Kohle habe ich eigentlich genug. Mehr ist hier eigentlich nicht. Was ist da unten? Ja, das ist Eisen. Das hätte ich gerade fast nicht gesehen. Das ist dunkel. So. Jetzt. Oh Gott. Gut, dass ich nicht da drunter stand. Oh. Da ist schon wieder eine Höhle. Ähm. Habe ich das Eisen jetzt eigentlich schon eingesammelt? Oder nicht? Wo ist das? Habe ich das eingesammelt? Ich gucke mal in, wie viel ich habe. Oh Gott. Mehr als ein halbes Deck. Äh. Ich denke, das erforsche ich jetzt nicht weiter. Ich will jetzt nach oben. Ich will endlich meine Diamanten abbauen. Ähm. Ich laufe mal eben zurück zu meinem Tunnelöl. Soweit ist der Leck erlaubt. So. Hier war es. Glaube ich zumindest. Naja. Ich werde sehen, wenn ich mich wieder runterbordel. Das war eigentlich gut, dass ich so Zwischenstationen habe, falls Lawe von oben kommt oder irgendein Kies oder so, dass ich mich runterbauen kann. Ähm. Wir sind bei 11 Minuten 30. Richtiges Thema habe ich immer noch nicht. Oh Gott, ich bin einfach gerade richtig unter Adrenalin, weil wir unsere ersten Diamanten gefunden haben. Das freut mich voll. Yay. Ich hoffe, wir finden gleich den Weg nach Hause. Sonst müssen wir uns irgendwo zwischendurch unterwegs einen Kompass machen. Musste ich, äh, in dieser Welt, wo ich auch sechs Diamanten gefunden habe, habe ich das nämlich genauso gemacht. Musste ich mir auch einen Kompass bauen, um wieder nach Hause zu kommen. Und unser Zeug geht aus. Ich denke, ich nehme jetzt erstmal Kies. Ähm. Und dann später erst Kobbel. Ich hoffe, ich kann mal gucken. Oh Gott, ich dachte gerade Sand. Alter, war das Sandstein. Ich glaube, wir sind in der Wüste gegenüber von unserem Haus. Das heißt, hier müsste gleich Sand runterkommen. Ähm. Ich halte die Schaufel bereit. Im Falle eines Falles. Und da ist auch schon... Hoffentlich ist das nicht zu viel. Oh Gott, das war eine Zerstörung. Ähm. Ab hier würde ich dann mit Kies bauen, damit ich weiß, wo ich rausgekommen bin. Ich brauche mich mal ein bisschen hoch. Ja. Und unser Haus. Gott, wo sind wir? Ich denke, das ist irgendwo. Äh. Da hinten sind Kürbisse. Die brauche ich aber nicht. Ich hatte nicht vor, mir Kürbislampe zu machen. Ich gehe mal eben auf eine andere Position. Ich glaube, in diese Richtung sind wir. Oh, da hinten sehe ich unser Haus. Das ist unser Haus. Ja, das ist unser Haus. Yay. Ich denke, die Diamanten holen wir in der nächsten Folge ab, weil wir sind jetzt schon bei 13 Minuten. Ähm. Das hat doch ziemlich lange gebaut, das Hochbauen. Ähm. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal Diamanten gefunden. Jetzt müssen wir sie nur noch abbauen und Teil nach Hause bringen. Ähm. Ähm. Ja. Das machen wir alles in der nächsten Folge. Wie gesagt. Ähm. Dann darf ich nur nicht vergessen, mich auszulusten. Ich nehme dann schon mal das Eisen zurück in die Hand und packe schon mal. Gott, wie viel Kohle ich einfach gefunden habe. Fast ein Stack. Packe schon mal alles weg, was ich nicht brauche. Nehme mir einen neuen Stack Erde mit. Mache mir dann auch noch neue Fackeln. Die mache ich jetzt mal eben. Ich mache mir mal eben. Ach was. Ich mache mir einfach so viel, bis ich genug habe. Das auch so eine Logie. So viel, bis ich genug habe. Wann habe ich denn genug? Ich denke, ich mache mal eben. Äh. Ich mache mir mal Pastix vorrätig. So. Dann mache ich mir mal Stackfackeln. Oder zwei Sticks. Oh, ein bisschen viel Kohle verbraten. Äh. Na, scheiß drauf. Wir brauchen später eher noch Fackeln. Ich nehme mal so ein Stack mit. Pack da was rein. So. Und packe mal eben das Eisen zum Schmelzen. Ich denke, das hat gerade richtig viel Bock gemacht. Ich nehme jetzt gleich im Anschluss noch eine dritte und eine vierte Folge auf. Damit ich die auch zeitlich hochladen kann. Ähm. Was ist 39 durch 8? 8. Äh. Ich bin gerade verwirrt. Egal. Das machen wir in der nächsten Folge. Äh. Dann bis dann. Und bis zum nächsten Mal. Das machen wir in der nächsten Mal. Vielen Dank.